Das Tolle ist, hier gibt es ja nicht nur Minigolf, hier gibt es auch Air Hockey, Kicker, nochmal Air Hockey, Mission Impossible, das ist Mission Impossible. Das muss so. Puh, steck ich hier. Du bist da hinten nicht durch. Natürlich. Du hast da durchgegangen. Ich hab's gewonnen. Pass an. Das ist wirklich Schiss auf der Fenster Linie. Also drück und renn durch. Den ersten. Am besten den untersten, das ist der leichteste. Der unterste ist der leichteste, okay. Dem geben wir uns hier nicht ab. Mach erstmal den unteren. Den obersten. Und los, gib noch Zeit. Ja, fang an. Boah, das stinkt hier. Das stinkt hier wirklich. Ich hoffe, dass der Fußnebel ist. Schaffst du's? Es geht nach Zeit. Jetzt kannst du noch mal eins rühren. Ich mach jetzt auch noch mal eins. Und los. Und los. Weiß ich nicht, steht irgendwo dran. Okay, Stufe zwei. Auf geht's. Los. Ach so. Ich hab mir noch nicht meine Erze gemacht. Aber was laufen. So ein Zeug. Okay. Ja. Ich gibt doch jetzt eine Stimme, die wir sind. Ja, bei deiner Art. Ja, aber er piekt da. Das hat er ja eben gemacht. Los! Sehr gute Art. Okay, was ist nochmal? Ja. Tod, Tod, Tod. Nochmal. Ab die Plätze fertig. Los! Ich hab... Ich hab zu kurze Beine. Ja, eins hatten wir ja schon. Nee! Ja, machst du gleich. Du warst drinnen. Aber er hat nicht gekehlt. Er hat nicht geburnt. Scheiße! Er hat jetzt auch nicht gekehlt. Er hat klick gemacht, hab ich gehört. Einfach beigens gemacht. Okay, Stufe 3. Stufe 1 für Laura. Das ist Stufe 3. Los Steffi. Aber danke. Achso, ja. Willst du gleich erstmal Stufe 1 machen? Dann lass Steffi... Ja, dann drück den Knopf. Mach mal Stufe 1 jetzt. Mach mal Stufe 3. Sonst ist der Akku wahrscheinlich leer. Mein Akku. Ich schalte dann ab. Das waren die Haare. Klack, klack. Ich glaub, du hast so eine gewisse Anzahl, wo du gegen kommen darfst. Na ja. So, ich jetzt auch nochmal. Stufe 3. Mal gucken, wie viele ich treffe. Zu viele. Und dann Probe. Scheiße. 4. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. 6. Eigentlich hab ich jeden getrunken. So, jetzt nachst du auch nochmal. Ich film doch mal. Sind die anderen jetzt im Dunkeln? Hier gibt's doch einen dunklen Raum. Da kann man alles ertasten. Für Partys kann man natürlich auch hier den Raum mieten. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt's nicht. Ja, ein amüsanter Abend geht's zu Ende. Ich hab verloren. Ich hasse es. Aber kann ich halt nicht ändern.